Das ist die letzte Folge der 11. Staffel. Probier mal einen Schluck. In diesen spannenden Zeiten versuchen wir auch heute wieder Überblick in diesen Nachrichtentag zu bringen. Wie immer an meiner Seite, Frau Reinhardt. Guten Abend, ach Abend, morgens, mittags. In Deutschland strahlte das ZDF ab 1983 die Aerobik-Sendung enorm in Form zum Mitmachen aus. Bye!